Ex-To-Z-A-N-E-X-A-N Halt die Schnauze da hinten! Ich mache hier eine Intro-Aufnahme! Verdammter Mistbash! Also, so wie es aussieht, sind wir ja wohl hier... Wow! Da ist doch mal richtig was los! So wie es aussieht, müssen wir ganz nüchtern sagen. Wir sind im großen Finale! Bitte leiten Sie die Verführungssysteme! Dies ist ein... So wie es aussieht, müssen wir jetzt richtig mal einen Zahn zulegen. Der Ernst des Lebens geht los und in diesem Hintergrund... Machen wir uns bereit! Halt die! Ich mag Avina, aber das nervt, ehrlich. Dann schauen wir uns nochmal mich an, meine Helden und das Portal im Hintergrund. Hälb ich Helden gesagt? Ich meinte eigentlich Haaremswahn. Folge 28, heute hochgeladen. Wir haben Zeitpunkte aufmacht. Avina! Ich setze dir ein Virus auf die Festplatte, das sage ich dir. Ex-CaZ, A&E... Jetzt geht's los! Ex-CaZ, A&E... Ex-CaZ, A&E, Ex-Sane! Dann legen wir los! Wir lassen uns hier nicht mehr aufhalten, sondern gehen geradewigs zu auf Zaren die... ...dem wir... Zaren? Zaren? Oh, darf ich mich zu Abwechslung mal überlegen? Nein, darf ich nicht. Kommen wir zum Ernst des Lebens. Keine Ahnung ist nicht umsonst gestochen. Boah, ich bin jetzt fassig. Hat der gerade auf Keeper geschossen? Das macht doch mal nicht mehr. Drumherum, ja, aber auch nicht auf die Keeper. Die Zitadelle schließt sich. Sie versiegeln die Station. Wurde du das? Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Das ist wohl gerade Heck jetzt, oder? Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, ob der Zitadelle hat genug Feuerkraft zu besitzen. Jetzt muss ich den Subway noch holen. Klapp! Noch ein paar Tue zu machen. Ich schieße mal raus. Dann mein Problem. Wir sitzen hier zu dritt alleine in der Station gefangen. Zaren hat den Aufzug blockiert. Ausrüstung an, wir gehen raus. Genau, Mädels, wieder anziehen. Oh nein. Nee, nee. Nee, 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 nee. Ich hab Höhenangst. Das machen wir nicht. Shepard! Manchmal hasse ich mich selbst. Ich tüß dich nicht, oder? Ich tüß dich nicht, oder? Es ist übrigens ein Reaper hier, nochmal so am Rande. Und da soll ich zu Fuß hin! Finale kampfen wir dann. Mal kommen wir in der Finale. Die 69 ist oft das Finale. Nein, lass mir was. Schluss, Konzentration jetzt bei mir. Jetzt wird gekämpft. Das hier wird nicht aufgegeben, wird nicht nachgegeben. Hier wird uns zum großen Finale geraten. Das ist wie in einem billigen Actionfilm. Lassen wir's los, wir schießen wohl. Das ist wie in einem billigen Actionfilm. Bruce Lee hätte es nicht besser gekonnt. Gut, er hätte auch keine Waffe bedienen können, aber das ist ein Anklestes Thema. Das Spielt mir wirklich eine Rolle, aber das spule ich auch nicht mehr vor. Warum sollte ich? Scheiße, Elektronik. Egal, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen. So speichere ich schon wieder. Auch egal. Endkampf, Finalkampf. Ich bin etwas nervös, ja, das muss man mir auch einmal zugestehen, YouTube. Ich muss aber mal sagen, das ist ja jetzt nicht so einfach. Wir haben mal einen Reeper, lass mir direkt das zu. Nimm los, ganze. Ne, wie heißt du mal ganz ruhig? Okay, doch. Och, guck an, auch noch. Warum auch nicht? Sie sind in die Rücken. Da fass die Erde. Da ist jetzt ein Groganer. Okay, jetzt schnell schneller, Groganer, Groganer. Nein, ich mach mich mal. Ich könnte da die Leichen jetzt wieder fallen lassen. Das sieht sonst blöd aus. Wirkt das nicht ein Lächertier sehen, das steht auch nicht. Aber die schiefgewickelt, Freundchen. Die nächsten bitte. Könntest du bitte die hacken, auf die ich nicht ziele? Ja, nett. Danke. Tja, so ist das beim Mangel noch Gravitation. Ausgerechnet die Gäste zu blöd, ich brauche Gravitationsschule. Keine Magnetfüße oder so. Wo glaube ich überhaupt lang? Sind das hier Geschütztürme? Ja, schön, die wissen, dass die so gut funktioniert. Konzentration, wir sind im Kampf. Hier bin ich. Komm schon. Und her. Komm zu, Steppi. Steppi, 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 Wort. Oh, oh. Direkt da. Ich durfte. Ja, ganz zu schnell. Ich hab's gefallen. Geht jetzt noch mehr so? Wir unterbrechen diese Aufnahme für eine kleine Behebung der Grafikprobleme. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir legen los und mussten noch nicht mal das Spiel neu starten. So sieht das doch alles gleich viel besser aus, oder? Und auch Shepard sieht ganz anders aus. Tut mir leid, aber die kleinen Störungen müssen jetzt nicht mehr stillen. Ach, dann nehmen wir doch das ja. Ich hab' die anderen auch gleich starten können, oder? Hab' ich das jetzt gemacht, oder nicht? Ich hab' die andere auch gleich starten können, oder? Ich hab' die andere auch gleich starten können. Ich hab' noch einen Geschützfond. Nehmen wir denn. Wenn so viele Leute langen, wie ihr wollt, dann schieß ich jeden da rein. Ich hab's mir egal. Ist da noch einen Geschützfond? Nein. Hau ab jetzt hier! Wiedersehen! Wiedersehen! So, das ist es. Ihr haltet mich hier nie auf. Weder Truppen, noch ganz auf Schitte. Wir müssen Sahen vernichten. Gute Wissen einhalten. Wie kann der sich in der Zeit heilen? Wie kann der sich in der Zeit heilen? Und dann gehen wir denn da noch versuchen, es wird rein. Tut das nicht. Gerade eben. Und das Ding kann da irgendwann noch mal heilen. Könnt ihr die auch wenn er mal auf mich zuzurennen? Ich krieg' Angst. Zustoppen. Klar, wirklich mal zu. Hübsches Design. So sieht die Zertelle also, gut klar. Gerade jetzt. Da ist es noch ein glaube ich, dass ich jetzt nochmal stehen bleibe. Ich bin nicht in der Lüge. Ich schreibe mich auch nicht, aber auch. Ich finde das cool. So, wo müssen wir denn? In welche Richtung? Kann das? Geht wahr? Geht wahr? Geht wahr? Geht wahr? Geht wahr? Jetzt bleibt diesmal in den Druck. Ach, ab hier drüben. Da war gar so geакbt, das war doch nicht. Das Deck hatte ich gedacht, Oh, der Herr Schäffer ist gleich zufrieden. Hättet ihr mal aufhören, mich an irgendwelche Erdlichen zu schieben? Winke, winke. Ja... Ha! Ach! Kannst du was nehmen, das war mal schließlich an sich. Ja, Winke, das Titan war der ja aber nicht gerade so richtig Titan-artig, aber... Ich bin da gleich im TITAN! Dann warte ich nicht mehr. Ja... Okay, wurden wir in der Verteidigungsjongel? Das wäre jetzt echt nicht schlecht. Erstmal im Deckung gehen, Schäffer. Ja... Ja... In Deckung habe ich gesagt, ich habe die Deckung. Ja... Ja, jetzt... Raumgewinnung... Super... Könntet ihr aufhören, direkt in der Landschaft rumzustehen? Wenn da nicht die Schüsse kommen? Das ist nur so ne Idee. Ich will jetzt nie hoch sein, ich darf mal das verschieben. Wo? Und so ist kein... Ach... Wie weit in Deckung muss ich noch gehen? Hm... Neu Lehrer hat das überlebt, da sind wir ja alle glücklich ins Frieden. Da gibt es noch Hoffnungsfälle. Ich glaube, die gibt es immer. Ja, super, das ist überhaupt nicht bedrohlich, das Ganze. Kein Stück. Ja... Oh, ey! Scheiße,ANKFAR! Das zielt auf mich übrigens, Herr Ding. Oh, und da... Schwer Herketenschütze ist wichtig, ja... Ja, so meine ich. Hi, was mich auch nicht angucken, da ist da. Genau, sieht einfach von vorne. Ah, hier kann ich also stehen. Dachte ich nur noch von wegen stehen bleiben. Ja, hier ist doch auch hier vorne. Ich würde mich nicht sagen, dass ich da vorne bin. Ich würde mich nicht sagen, dass ich da vorne bin. mal auf den Kugeln und mal wieder von mir selbst verflüssen ja du kommst ich bin aber schief doch egal, wie hier lang schief, schief, schief hallo, hörst du auf da oben? ich weiß nicht was du machst, aber du lässt es auf jeden Fall jetzt mal bleiben und was? wo ist mir das kämpfliche Gefühl? warte ach, du sind völlig voll hau ab, hau ab, hau ab abhauen, hab ich gesagt wo boah jena, was schießt denn hier eigentlich immer? warte doch mal auf damit ich bin nervös mach Mensch, kanns mal einfach auf den Rest ja ich mein kanns mal warlord noch irgendwas Ich schütterte mich mit gegen mich. Ich bin übrigens unterhalb des Reapers, wenn ich das wirklich mitgeklickt hab. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich kann den Schluck Kaffe genießen. Okay, kann ich auch nicht. Oh Gott, ein Positium. Ich weiß ja nicht, was wir spielen haben, aber ehrlich gesagt bin ich ja auch. Medizinkit, das ist ein guter Hinweis. Hier liegen eine... Oh nein, oh Gott. Irgendwas hat die jetzt nicht zu faul ist. Wir bringen noch ein Schluck Kaffe in die Folge. Das ist nicht gefällig. Bitte stören Sie die Kiefer nicht. Oh, komm, 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 komm. Das war das nicht. Die Schieße mit der Hälte, das macht den Schaden. Ich glaube, ich stelle sie um die Durchmacht. Hier noch einer. Puh. Okay, dann doch, es ist ein Höriger. Mädels, wir machen eine kurze Pause. Und dann gehts weiter. X to Z, A&E. Bis zum nächsten Mal.